Ich rö- ich rö- HAAI Hab ich mich verjagt! Der hängt an dem Baum, rechts davon Keine 10 Meter oder 20 Meter von mir weg Hab ich hab ihn noch gesehen und der Knall war wieder so laut HAAI Hihihi Sorry, ich hab mich so verjagt Was war das denn für ein Ton, der da grad rauskam, Alter? Das geht ja gar nicht Ich bin grad bei der Am Fluss an der Flussseite Am Stein an der Flussseite Am Stein an der Flussseite Am Stein an der Flussseite Ruhig Wie sagt, guck dir mal die Wasserliebe Stein Ruhig 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 Ja, das war der Tyb, den ich angestoessen hab H H H H H H L U H I H L U I N H Er hat mich ein Hai gar nicht gekobsen ハハ Luhig Ruhig Ruhig Ly Der hat sich erschrocken, hundertproben. Ja, der hat ja eine Schrotze und eine VPO. Meine Güte! Kann man einfach einen Scaf auf mich straight zugelaufen. Ach, halt doch die Klappe. Hat er denn wenigstens ordentliche Munition gespielt, aber mit Level 11 sowieso nicht, wa? Jaaa. Boah, er hat doch alles mitgenommen. Ja, hier, den Helm gönn ich dir nicht. Das ist doch dein Scheiß. Nein, Mann, was ist denn? Er muss gleich lernen, dass das hier alles hartet. Hier wird keiner... Ach, ja, aber das ist ein Headset und ganz stolz drauf. Ja. Ja. Ey, du, ich musste Munition für den aufwenden, ja? Hm? Was sagst du? Alter. Siehst du das da? Ja. Player oder was? Ja, scheint so. Hä? Nö, ein Scaf. Das ist ein Scaf, der einen anderen Scaf lootet. Das ist ein Spiel... Das ist doch ein Spieler-Scaf oder was? Unmöglich. Bisschen früh für den, oder? Naja, aber eine M700. Das... Oder ein Sniper-Scaf ist, äh, im Urlaub... Also, was für... Ja, das ist ein Spieler-Scaf gewesen. Der hat sich auch nicht beirren lassen, ne? Hört der mich nicht sprinten, ne? Der hat doch keine Kopfhörer auf gehabt, oder? Ja, ich bin... Auf den Steinen über ihn rübergesprungen. Ja, der war doch... Über den Haar noch hier. Der hat bestimmt Musik drin gehabt, so. Ey, ja, ja. Hat gerade sein... Sein Jogging-Workout-Mix drin. Ey, ja, auf Wurz. Braucht er immer seine Fitness-Strecke. Oh, jetzt mal aber einen schönen Blick, du. Da. Wo stottert der so? Oh, er hat da so schön sich versteckt gerade. Soll ich schossen oder was? Ja, ja, ich hab den Spieler erschossen. Im Medic-Camp da unten. Ich hab auch eben erst den einzelnen Schuss gehört. Da hast du schon längst gelacht. Achso. Jo, Mensch. Ne, da oben ist einer. Ich guck gerade hier unten, warum der sich versteckt hat. Der muss ja gegen irgendwen gefightet haben. Ich hab halt noch keine SVD gehört, deswegen. Der ist auf jeden Fall ein Sniper unterwegs. Da ist einer. Da läuft einer. Wo ist er hin? Der läuft weiter. Der läuft weiter. Er ist tot, der ist tot, er ist tot. Ich bin halt. Ich bin ja auch voll gepumpt wie son, Alter. Ich bin ja auch voll gepumpt wie son, Alter. Wo war der Kollege? Ich denke, da wird er gleich eingelaufen. Genau, da über den Hügel liegt der. Der Kollege müsste auch von da oben kommen, wenn er gleich in Richtung geht. Dann ruhig. Nach Land. Ja, da liegen zwei, da lagen zwei. Die haben zwei gleichzeitig. Junge. Hier war auch noch ein Scaf. Ich hab jetzt gedacht, der hat sich nie wieder aufgestanden. Wie geil. Alter. Eine Magazine war wieder leer. Diese scheiß 20er-Magazine. Hast du gesehen? Klick, 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 klick. Ja. Da hab ich gesagt. Nachladen. Ja. Du rennst so auf die drauf zu, als ob die mit nem Köln in die vorne hauen. Er konnte ja auch nicht mit der DVL. Ich hab auch noch den Spieler da vorne. Voll auf der Freifläche hier der Scheiß. Oh. Oh. Ja. Ich sammel. Ich brauche ich rein. Nimm doch erst mich bitte. So. Da ist er. Der hat meine SR. Ja. Danke. Ich muss mal kurz den Busch abgrasen hier. Schön, dass ihr da seid. Und herzliches Welcome. Die Skaffs können mich grad mal... Bitte, wie läuft's bei den Raids? Ja, an sich. Gemischt! Wie man das von Tuckow kennt, ne? Mal so, mal so. Skaff geht Mädchen auf dem Zeiger. Ich weiß gar nicht, ob ich die DVL überhaupt will. Er rennt auch so rum wie ich, ey, hi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach man, Attack kann man ja immer noch nur einen aktuell, schade, das ist doch doof so. Ich würde mir den gerne noch angucken, da hinten. Aber ich glaube, ich sollte den Rucksack ablegen vorher. Hier ist irgendwas. Ich merke mir den Baum hier. Ich bin der Baum. 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 eine maus ohne visier oder finden ist er gerade gesprungen oder nein er ist gesprungen das war ein spielerscaf der ist immer noch ein scuff da vorne langsam kein bock mehr hier jaa ich Wo ist der Typ? Du bist der Typ? Ich bin der Ernst jetzt. Echt? Wo ist der Typ oder? Ich bin der Typ. Scheiße. Der hat ein Problem. Ja. Wir sind auf dem Weg. Ich weiß nicht. Wir haben keinen Rucksack drin. Wurde! Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Mein Gott. Kann hier jetzt mal irgendwann Ende sein? Ach. Ach, come on. Das ist krass. Ich hätte gedacht, ich brauche länger. Ganz ehrlich. Mit dem Gewicht? Was wiege ich denn? 70 Kilo. Weight Limit. Der ist tatsächlich. Der ist immer noch aktiv gewesen. Plus der SJ6 nicht mehr. 900 Sekunden hat der nämlich. 900 Sekunden hat der nämlich. Ach so, Alter. Über 10 Minuten. Voll nice. Drei Spieler. Und 75 Kilo. Und 75 Kilo. Und 75 Kilo.